Wer sind Sie denn hier? Hören wir auf. Bestes Vlog Vintage. Lange nicht gesehen. Ja, wir hatten noch viel zu tun in letzter Zeit, würde ich mal behaupten. Umzug, neues Studio, richtig, richtig viele neue Gedenken. Ging ein bisschen steil und machen wir uns nichts vor. Vlogs sind ja jetzt auch nicht unbedingt unser Hauptjob. Wir haben ja einen Sponsoring-Vertrag unterschrieben beim ATV, beim Alte Kerker. Handballverein, die spielen ja Damen und Herren in der dritte Bundesliga. Das ist so ziemlich einer der Big Player hier im Sport am Niederrhein. Und wir wollen ja auch ein bisschen von dem, was wir so umsetzen und verdienen, zurückgeben in die Region. Die haben eine tolle Jugendförderung und der Hauptpunkt, warum wir gesagt haben, wir machen damit, ist die klasse Jugendförderung beim ATV. Die haben heute Saison-Endspiel quasi und da wurden wir eingeladen, uns das anzuschauen, ein bisschen Leute kennenzulernen, ein bisschen zu quatschen, dies, das. Und ich bin gespannt. Ich glaube, ich habe erst einmal ein ganzes Handballspiel gesehen. Ich kenne ja noch nicht mal die Regeln. Ich bin gespannt. Wir werden zu Hause zu uns. Ein-&-&-&-&-&-&-& Applaus 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 Outro, geile Sache mit dem A-TV. Wir sind jetzt offiziell einer der Hauptsponsoren beim Handball-Drittligisten ATV aus Aldekerk. Die spielen mit den Herren und mit den Damen in der dritten Bundesliga. Und die Stimmung in der Halle, habt ihr das gesehen? Das ist der Wahnsinn. Da haben wir richtig Bock drauf und da hängt bald auch unsere Werbung. Und außerdem sind da jede Menge nette Leute. Wir haben auch direkt da vor Ort was für einen guten Zweck getan. In Kooperation mit der Brauerei Königshof ein Trikot in einem Rahmen ersteigert. Da haben alle Spieler vom Krefelder Handball HSG unterschrieben. Und alle Spieler vom ATV, vom Derby von vor ein paar Wochen, als Kerken gegen Krefeld gespielt hat, in der Jaila Arena vor 8000 Leuten. Und für einen guten Zweck haben wir dann eine gewisse Summe an ein Hospiz gespendet. Und das war alles gesponsert von der Brauerei Königshof. Für einen guten Zweck tun wir immer gerne was. Weil ich persönlich bin der Meinung, es geht nicht nur darum, immer viel Geld zu verdienen, sondern auch der Gesellschaft ein bisschen was zurückzugeben. Ja, das wird gut. Denkt dran, wenn ihr Bock habt, abonnieren, liken, teilen. Und für jeden Neukunden, den ihr zu mir empfehlt, gibt es von mir 200 Euro Cash als kleines Dankeschön. Tschüss, bis demnächst.